Herzlich Willkommen zu 1000PSTV hier auf der Messe Wels vom Stand MV Agusta. Und bei MV Agusta waren natürlich wahnsinnig viele Fragen offen. Wie ist das jetzt mit KTM? KTM hat doch MV Agusta gekauft. Wir werden diese Fragen alle klären und ich darf vorweg nur sagen, endlich scheint die Zukunft von MV Agusta, was meiner Meinung nach eine göttliche Maschine sein, gesichert. Bleibt's dran, wir klären alles. Jetzt treffen wir dich wieder am MV Agusta Stand. Das war vor ein paar Jahren noch undenkbar. Das waren zwei komplett verschiedene Welten. Jetzt ist aber mittlerweile so, und du kannst mir das hoffentlich ganz genau erklären, KTM hat MV Agusta gekauft, oder was? Nein, wir sind seit dem Vorjahr minderheitsbeteiligt an der produzierenden Firma MV Agusta und haben eben seit 1. April 2023 den weltweiten Vertrieb über und den Einkauf. Ich verstehe. Aber ich meine, jetzt der Beobachter denkt sich natürlich, na gut, das ist jetzt der erste Schritt und im zweiten Schritt kehrt es Ihnen dann. Ist sowas angedacht? Den zweiten Schritt haben wir eh auch schon offiziell gemacht, dass wir die Option Anteile zu erhöhen ziehen werden und dann ab 2026 Mehrheitseigentümer sind. Für mich persönlich ist MV Agusta, das hat schon angefangen mit Giacomo Agustini in den 70er Jahren, da habe ich noch Motorradl-Rennen geschaut, da hat es sich im ORF noch übertragen. War ich natürlich ein großer Fan und der Sound von dieser Dreizylinder-MV, das war Wahnsinn. Hat mich wirklich in den Bann gezogen. Dann war ganz lang gar nichts. Und dann 1998, kann ich mich erinnern, haben sie mich eingeladen zu einer Präsentation in Monza, die erste MV Agusta seit, was weiß ich, 30 Jahren. Und das war es einer, da habe ich echte Gänsehaut gehabt. Das war eine wahnsinnige Maschine. Da haben wir mich mit dem Massimo Tamburini und hin und her. Und dann ist es so gewesen, diese letzten 20 Jahre oder 25 Jahre, die ich da verfolgt habe, hat MV Agusta immer wahnsinnig schöne Motorradl-Kab, aber ich meine, die haben mehr oder weniger die Eigentümer gewechselt wie die Unterhosen. Das war ganz arg. Das ist jetzt ein bisschen überzeichnet gewesen. Aber jetzt habe ich zum ersten Mal das Gefühl, na gut, aber jetzt sind sie bei einer Partie angekommen, wo das wirklich halten könnte. Ich nehme an, sonst hätte sie es nicht gemacht, oder? Für uns ist die Marke ja Juwel, die wir halt in unserer Konzernfamilie haben wollten. Und nachdem wir ja sehr kontinuierlich an unseren ehrgeizigen Themen arbeiten, müssen wir halt jetzt auch den langen Atem haben, bis wir da auch Volleinfluss haben und die Marke halt wieder zum Leben erwecken in Form von einer Produktpalette. Und das erste Gerät, wo wir jetzt mit involviert waren in den letzten Zügen der Entstehung, das steht eben jetzt vor uns, das ist der erste Ausflug von MV Agusta in das Thema Reisemotorer, die LXP Orioli, mit einem neu entwickelten Dreizylinder-Motor, weil du gesagt hast, der Dreizylinder-Sound ist da so in Erinnerung geblieben. MV Agusta wird immer bekannt sein für Dreizylinder-Motoren, die ja immer in Italien gebaut werden, also da kommt nicht unsere Motoren rein. Und ich finde es ja so cool, wie Italiener auf ihre Produkte stehen, weil jeder Konstrukteur verewigt sie da immer. Und zwar der Roberto Valano steht sogar als Konstrukteur auf dem Motor da drauf. Das siehst du hier. Und das zeigt schon, mit welchem Stolz die hinter ihrer eigenen Entwicklungen stehen. Und dieser italienische Bezug wird niemals aufhören. Das heißt, wir wollen da nicht alles komplett umkrempeln. Das war, glaube ich, eine wichtige Information, weil da gibt es natürlich draußen Leute, die jetzt MV immer bewundert haben, die jetzt vielleicht mit der geschäftlichen Gebarrung nicht ganz zufrieden waren, aber diese Motorräder halt unendlich geschätzt haben. Und da gibt es natürlich jetzt welche, die sich fürchten, dass das jetzt auch in dieses KTM irgendwie anders wird. Aber das dürfte eigenständig bleiben von der Ausrichtung her. Das muss es auch, sonst wird es nicht überleben können, weil du brauchst dieses italienische, nicht nur Flair, sondern halt auch die Produktionsstätte, die ganze Story dahinter. Und da gibt es auch wirklich keine Ideen von uns, irgendwelche Zwei-Zylinder-Reihen, V-Motoren reinzubringen, sondern das sind eigenständige Entwicklungen bleiben. Und das Einzige, wo wir uns eben geschäftlich einbringen, ist, es macht natürlich einen Sinn, bevor MV Augusta für irgendwelche Elektronik-Bauteile für 6.000 Stück was einkauft, ist das gescheiter. KTM kauft mit ein mit seinen 200.000 Stück für irgendein Bauteil. Dann hat das Synergien und Effizienzgewinnung, das ist der geschäftliche Part. Aber wie gesagt, hinter der Eigenständigkeit der Technik, die bleibt. Super, das ist ganz toll. Was ich jetzt sehe, das ist natürlich auch so ein Gedanke, der relativ rauskommt. Diese Aureole habe ich mitgekriegt, habe ich schon gesehen, auf die Messe, ich glaube ein Jahr vorher oder so, die ist wirklich toll angekommen bei den Leuten. Am Anfang haben sie es noch ein bisschen Lucky Explorer genannt, da war ich noch nicht sicher, wie sie es nennen. Aber die Leute, du hast gemerkt, die springen auf, das gefällt ihnen super. Jetzt ist das schon ein bisschen eine Konkurrenz zu diesen Adventure-Modellen von KTM. Hat man da Angst, dass man sich gegenseitig ein bisschen kannibalisiert? Man hat weniger Angst, dass man sich kannibalisiert. Man ist, und das traue ich mir so sagen, sicher nicht ganz sicher, ob wir im Reise-Enduro-Segment mit MV Augusta richtig aufgestürzt sind, in der aktuellen Form. Das ist der erste Schritt, wo wir das einmal austesten, weil es natürlich in dem letzten Stadium der Entwicklung war. Es passt zur Heritage der Marke hinsichtlich dem nostalgischen Zugang. LXP-Orioli, Eddie Orioli war der Car-Gewinner. Der ganze Adventure und der Car, das Thematik wird gerade gehypt. Dementsprechend passt es einfach zum Zeitgeist. Man kann eine Story erzählen. Und es ist halt das erste Reise-Enduro-Motorrad im Luxus-Segment. Damit passt es auch wieder zu MV. Aber wir werden es einmal ausprobieren, was so der Tenor ist, der Kunden. Lassen einfach einmal Kunden und den Markt entscheiden. Du, weil du sagst Kunden und Markt entscheiden, da vorne steht die America, diese America-Lackierung von MV Augusta. Können wir da kurz hingehen, Chris? Weil, ich meine, diese America-Lackierung, die Special Edition, das ist einfach so, das fährt man unfassbar tief in die Seele. Das machen sie auch schon seit wirklich lang. Aber das ist einfach so wahnsinnig schön, wie ich ja das gesamte Motorradl wahnsinnig schön finde. Und sowas wird es aber weiterhin geben. Das wird jetzt nicht eingestampft. Nein, nein, das wird nicht eingestampft. Also, das ist einer der sehr beliebten Modellserien, neben der brutale, die Dragster. Bei der Dragster haben wir Ende letzten Jahres dieses Sondermodell rausgebracht, weil einerseits wir die Importeursrolle als erstes Land in Amerika übernommen haben, als Hersteller oder als vertreibender Partner. Und zudem vor genau 50 Jahren hat MV Augusta angefangen, mit Sondermodellen in Amerika zu arbeiten. Und MV Augusta wird immer eine Marke bleiben, die auch mit Special Editions, limitierten Sondermodellen arbeitet. Angefangen hat das einmal vor 50 Jahren in Amerika. Und in Erinnerung daran haben wir halt bei der Dragster ein Sondermodell rausgebracht, das halt farblich und von der Lackierung genial ist, weil das Thema Lackierung, das haben die Italiener drauf, das ist überhaupt eines der hochwertigsten Elemente an einer MV Augusta, die Lackierung. Und das schaut so aus, wie du es gesagt hast. Traumhaft und dann verbunden mit dem Finish an der Sitzbank, wo das halt alles genäht ist und sehr edel ist. Dafür steht die Marke und wird es auch bleiben. Chris, ich bedanke mich ganz herzlich. Du hast relativ viel Beruhigung eingebracht, weil ich war, wie gesagt, ich habe diese Motorräumen immer wahnsinnig schön gefunden und man hat sich dann jetzt schon gedacht, vielleicht ändert sich das alles und das wird alles ein bisschen anders. Aber offensichtlich ist es jetzt einfach so, dass man als MV-Fan jetzt einmal durchatmen kann, weil jetzt endlich einmal diese finanzielle Struktur geschaffen ist. Jetzt muss man nicht Angst haben jedes Jahr, dass die Bude eingeht oder dass wieder irgendjemand kauft. Jetzt dürfte einmal eine Konstanz da sein. Und die Motorräder, die Substanz, die da ist, die ist ja mächtig und es wird weiterentwickelt. Genau, das ist der Plan. Kernwerte erhalten, Standort erhalten und die geschäftliche Struktur einfließen lassen. Ich danke dir sehr. Das hat mir echte Freude gemacht. Ciao, Papa. Ich danke dir. Danke. So, Freunde. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Ich bin nach dem Video jetzt wirklich erleichtert, weil, wie gesagt, MV Augusta sind einfach wahnsinnig schöne Motorräder. Unglaublich, wie mich das begeistert. Und ich habe einfach nicht genau gewusst, wie das jetzt weitergehen wird. Und jetzt bin ich mir ziemlich sicher, dass es eine glorreiche Zukunft hat. MV Augusta. Jawohl. Weltklasse. Bitte schreibt es mir unten eine, was ihr davon haltet von MV Augusta generell, dass es jetzt KTM gehört oder bald gehören wird. Und, ja, schenkt uns einen Daumen hoch. Auch für den Jakob. Jakob hat Großes geleistet hinter der Kamera. War eine große Freude. Und, wie gesagt, er will nicht gern ins Bild kommen. Aber er hat das Video für euch gemacht. Und abonniert seinen Kanal. Und... Ciao, Papa. Grüß euch. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020